So, da geht es los. Jetzt, ja, hätte ich da so was verpennt. Äh, Mamiko wieder anzuscheiden. Also, das. Echt, ich bin die ganze Zeit mit dem Finger auf der Taste hier rumgesessen und gedacht, okay, gleich ist los. Okay, gleich ist los. Okay, gleich. Das ist abenteuerlich. Okay. Ich verstehe nicht, warum diese Stangen rumdrauf sind. Deshalb gibt es irgendwie ja keinen Sinn. Ja, es geht halt im Kreis. Wow. Ich weiß nicht, wie viel das zu gekostet hat. So, was ist das da vorne, ne? Das ist bestimmt irgendwas, was eigentlich gar nichts ist. Warte mal, kann ich was zum Essen kaufen, oder? Oh, nee, okay. Ein Sitzgelegenheit. Da vorne hat man sich kaufen. Oh, nee, das war... Hä, wo kann ich denn hier? Tickets kaufen. Da. Da, ich seh jetzt genau. Hier. Komm schon. Ähm. Ach so. Okay, dann warte ich ein bisschen, bis die Fahrt startet. Und werde bis dahin wieder vorstellen. Bis gleich. Äh, scheiße. Ich lerne das nie mit der Taste, ne? Okay, irgendwann wahrscheinlich. Okay, los geht's. Hey, rein auf den Autoscooter. Yay. Hey, drei Minuten. Okay. Ui. So spannend. Boom. Richtig schadet. Und... Boom. Richtig schadet. Und... Boom. Richtig schadet. Ja, das war jetzt drei Minuten. Nein, natürlich nicht. Ja, aber ich glaub, das war's dann eigentlich im Großen und Ganzen schon. Ja, ich hab jetzt... Wollt euch das nur mal zeigen. Also, eigentlich hab ich ja wirklich genug Aufnahmen. Ähm, ich dürfte jetzt noch... Also, wenn ich alles rendere und hochlaube, was ich jetzt zur Zeit habe... ...hab ich... ...ein bis zwei Wochen im Voraus produziert. Und das reicht auf jeden Fall. Okay. Eigentlich hab ich mir so gesagt, ein Wochenende im Voraus ist richtig Premium. Ähm... Ja, klar, man kann da nicht so gut auf die Kommentare eingeben. Aber erstens... Ich bekomme eigentlich nicht so Kommentare, die mir so sagen... Äh, hier, mach mal das und so. Ja, da musste ich einfach noch ein bisschen... Ja, wachsen. Und... Zweitens... Ähm... Was soll ich jetzt sagen? Scheiße. Und zweitens... Ähm... 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 Ach ja. Ähm... Es ist ganz gut, wenn ich das, ja, so lange im Voraus produziere. Ähm, weil... Ja. Ich hab manchmal so eine Zeit... ...da hab ich einfach keinen Bock auf YouTube. So. Ich sag, wie's ist. Da hab ich einfach keinen Bock, irgendwas zu machen. Ähm... Das ist halt die Zeit, wenn ich entweder, ähm... Mein Feedback bekomme, dass sowas von unterhalter Sau ist, oder überhaupt keins bekomme. Naja, okay. Eher Feedback unterhalter Sau als keins. Wie zum Beispiel... ...einfach mal vier Abonnenten gewonnen und verloren. Ähm... Ja, das war... ...nicht so schön. Deswegen hab ich dann... ...ja... ...da wieder etwas Pause gemacht. Und ja. Jetzt läuft das eigentlich ziemlich gut. Deswegen... ...ja, seh ich da eigentlich noch kein... ...ähm... ...baldiges... Ähm... ...ja... ...keine baldige Pause wieder. Allerdings... ...fände ich es gut, immer irgendwas auf Reserve zu haben. Damit... ...ja, das nicht mehr passiert. Wär... ...wär unschön für die, die mich da noch aktiv gucken, also. Ähm... ...ne? Das werden ja schon zwei, drei Leute sein. Oder auch ein paar mehr. Also... ...mhm... ...ich hab ja wirklich auf jedem Video mehr als zwei, drei Klicks. Was ich auf jeden Fall... ...auch ziemlich... Oh Gott, das ist so langweilig. Kann ich irgendwie ausstarten? Ach Gott. Ähm... Ja, mehr als seit Aufrufe. Und das ist auf jeden Fall... ...ziemlich geil. Und ja. Hoffentlich hat es euch gefallen. Wenn ihr noch irgendwas dazu was sehen wollt, dann... ...schreibt es mir in die Kommentare. Und ja. Hoffentlich hat es euch gefallen. Bis dann und tschö. So, hallo und herzlich willkommen hier zurück zu Let's Play L.Y.D. Ja, es ist jetzt schon lange nicht mehr gekommen. Das liegt, wie gesagt, daran, wer die Kommentare oder meine Facebook-Seite gelesen hat, weiß damit, ja, mein Headset im Arsch war ein bisschen was ist. Ähm, ich habe so eine Möglichkeit gefunden, das zu kleben, so dass es nicht wieder alle zehn Minuten auseinanderfällt. Deswegen kann ich es wieder aufnehmen. Ja, auf jeden Fall ist es geil. Also, ihr bekommt wieder eure Videos und ich mach wieder Videos. Ja, so ein Lauf des Lebens. So, wie ihr euch schon alle mitbekommen habt, wurde L.Y.D. so ziemlich, wo ich dann aufgehört habe, ähm, beziehungsweise wo dann mal Headset kaputt gegangen ist, ähm, gehackt. Kurz vorher. Und ja, wir gucken mal, ob doch alles da ist. Erstmal. Stats. Ähm, oh. Das finde ich natürlich gut. Okay, dann habe ich auf jeden Fall schon mal noch Geld. Habe ich dann auch noch den Waffenschein? Habe ich mir nicht von dem Geld gekauft? Mal kurz gucken. Ähm, ähm. Gehst du mal mit Schlesseine? Ganz blöd zum Scheiben. So, Flugschein. Waffenschein A, gut. RKW und Brot füllt noch. Und B. Waffenschein B. Da muss er noch bis in den Level steigen. Gut. Dann... Welcher Job bin ich denn? Ähm, Stats. Berufsbauer, okay. Dann werde ich jetzt mal kurz den, ja, Job kündigen und Pilot werden. Das hatte ich ja schon mal vor, nur da hatte ich den, ja, scheinbar nicht. Da habe ich einfach gehofft, dass das das Spiel übersieht und ich trotzdem fliegen kann. War aber nicht so. So, ich muss auch mal gucken, aber anscheinend bin ich da nicht mehr eingemietet da, wo ich eigentlich eingemietet bin. Und das wäre dann Blöding im Auto und so. Mal gucken. So, es wird jetzt auf jeden Fall wieder ein Tag, äh, Life of a Dream täglich kommen. Ich versuche es auf jeden Fall. Ich gebe mein Bestes. Und, ja. Ähm, das soll da nicht hinhauen. Was ich dann nebenbei als Projekt mache, weiß ich noch nicht. Also, es sollten immer zwei Videos am Tag kommen. Einmal Y, Zerundee. Und, ja, eben noch ein Spiel am besten mit Story. Da war Arma 3, nur so eine Art Übergänger. Also, wie gesagt, wenn ich jetzt es finden, dann kommt Arma 3 weiter. Aber ich denke, da dürfte ich das auftreiben lassen. Ich meine, ich habe noch circa, ja, 80 bis 90 Spiele zur Auswahl, die ich spielen konnte. Das heißt, ähm, ja, ich habe eigentlich genug. Und, ja, deswegen stich ich ein bisschen später auf. Ähm, zwei, drei Uhr. Ja, ja, und, ja, deswegen ist das ganz gut. Äh, ne, nicht ganz gut. Ganz, ganz schlecht, weil dann kann ich nachts aufnehmen. Aber egal, also war man, oder dann kann ich leider nicht mehr aufnehmen. Ja, muss ich mal gucken, wie es in Ordnung ist. Aber ich soll da nicht hin und erweitert sich jetzt wahrscheinlich. Ich weiß, ich will nicht aufnehmen. Das kommt drauf an, wie es jetzt läuft. Und dann. Äh, was ist jetzt derzeit? So, ich würde jetzt andere den Job kündigen. Und dann würde ich gerne Pilot nehmen. Ah, ne, ne. Gut. Dann gehen wir da kurz hin. Davor gucke ich mal, ob mein Auto da drüben noch steht. Und ob das irgendwo anders jetzt steht. Oder ob ich es überhaupt nicht mehr habe. Das wäre natürlich ziemlich unpremium. So. Ist er nicht weit? Ich war jetzt, glaube ich, auch auf der ganzen Zeit, wo ich jetzt, ähm, ja, kein wieder aufgenommen hat. Nicht auf, ja, Live-A-Dream. Das heißt, wenn ich von da an irgendwas kennenzulernen habe, ich habe keine Ahnung davon. Ich weiß nicht, ich, ich, äh, hoff mal, es gab wegen den, Hex, irgendein, ähm, Update, um das dann zu verhindern. Äh, ja, zukünftig. Und, ja, dann kurz was hoffentlich nicht mehr vor. Gut. Ist ja gleich da. Was ist das? Okay. Mhm. So. Fuck, was geht da denn ab? Ach so. Ich dachte gerade, die ganze Zeit, ich sah. J. Lo. Raff.